Willkommen zu Monis magischer Adventszeit und Türchen Nummer 24. Ja, wir sind beim letzten Türchen angekommen und das Geheimnis, was ich euch jetzt erzähle, geht um den Weihnachtsbaum. Wisst ihr, dass er 24 Meter hoch ist und 24 Tonnen schwer und über 1000 dekorative Objekte hat. Damit wünsche ich euch frohe Weihnachten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020